Musik Mein Name ist Roland Zadra und ich stehe für die Zadra-Gruppe hier. Das Wallendienst Wirtshaus mit seinem schönen Biergarten im Sommer und dem Wallendienst Winterzauber im Winter ist das jüngste Kind der Zadra-Gruppe. Wir wollten hier einen Platz schaffen, an dem Jung und Alt, Familien mit Kindern, aber auch Familienfeiern möglich sind. Und zwar ungezwungen, unkonventionell und mit guter Küche verbunden und mit einem guten Getränk. Dazu ist extra das Zweibrücker Hell geschaffen worden, das wir hier anbieten, denn ein gutes Bier gehört natürlich auch zu einem Wirtshaus. Und eine gute Küche ist selbstverständlich, wir kochen alles frisch. Eines unserer Spezialitäten ist unser hausgemachtes Brot. Extra nach unserem eigenen Rezept von einem Bäcker vorgearbeitet und hier täglich frisch gebacken. Ich glaube, das schmeckt wirklich jedem. Das Wallendienst Wirtshaus ist ein Treffpunkt, um ungezwungen im Sommer und Winter da zu sein. Und ganz getreu dem Motto, hopp, setz dich dazu. Oder wie der Pfälzer sagt, hopp, setz dich dazu. Und wir haben dazu natürlich auch regelmäßig Live-Musik hier, wie mit der Red Couch. Und gibt es draußen an der längsten Theke, Wintertheke in unserer Region, schönen Glühwein, wunderbare Grillsachen und gute Gespräche. Denn, wie ich vorhin schon sagte, das Motto für unsere Gäste ist, sich treffen, Spaß haben und mit guter Laune kommen und mit guter Laune nach Hause gehen. Vielen Dank.